Herzlich Willkommen bei Branden Mundos Astrophysik TV. Im heutigen Video möchte ich euch mal erklären, wo eigentlich der Unterschied zwischen der Scheinbahnhelligkeit und der absoluten Helligkeit liegt. Was ihr jetzt seht, ist ein Sternenhimmel und wir sehen die Sterne alle mit ihrer Scheinbahnhelligkeit. Manche leuchten hier leuchtkräftiger, manche ein bisschen schwächer und so. Aber hier kann man nicht wirklich schlussfolgern, ob es der eine Stern leuchtkräftiger ist wie der andere. Kann man nicht. Weil hier ja auch noch die Entfernung eine Rolle spielt. Es scheint ja auch unterschiedlich von uns entfernt. Und die interstellare Materie hier spielt ja auch noch eine Rolle. Daher kann man aus. Deswegen kann man es nicht sagen, weil der eine Stern schwächer leuchtet wie der andere am Himmel, dass der Schwächere tatsächlich leucht schwächer ist, dann kann man genauso gut leuchtkräftiger sein. Man muss halt sagen, eine scheinbare Helligkeit. Das von der Erde aus. Und die absolute Helligkeit wiederum wäre die scheinbare Helligkeit, weil es ein Objekt hätte aus einer Entfernung von 32,6 Lichtjahren. Das wäre dann die absolute Helligkeit. Also die absolute Helligkeit wäre ja quasi die scheinbare Helligkeit, weil es ein Himmelsobjekt hätte aus einer Entfernung von genau 32,6 Lichtjahren. Wollen wir es so vorstellen, alle Sternen werden es 32,6 Lichtjahre entfernt und dann würden sie ihre absoluten Helligkeit leuchten. Und daraus kann man dann auch Leuchtkräfte entmitteln und so. Da wir die hellsten Fixsterne zum Beispiel haben absolute Helligkeit von minus 9 Magnituden. Das würde bedeuten, dass der Stern aus 32,6 Lichtjahre die scheinbare Helligkeit minus 9 hätte. Und das ist sehr leuchtkräftig. Und die Sonne wiederum hat die absolute Helligkeit 4,8. Das heißt, wenn die Sonne 32,6 Lichtjahre entfernt wäre, könnte man sie gerade so noch sehen. Die scheinbare Helligkeit und auch die absolute Helligkeit werden in Magnituden angegeben. Der Unterschied zwischen zwei Magnituden beträgt 2,512 und zwischen fünf Magnituden beträgt der Leuchtkräfte 100. Das heißt, null Magnituden wäre ja quasi dann 100 mal heller als fünf Magnituden sozusagen. Und zwei Magnituden wären 2,512 mal heller als drei Magnituden. Zum Beispiel ein Stern mit der scheinbaren Helligkeit von 2,6, da könnte man auch sagen, Stern in dritter Größe. Weil es da auch größere Gelassenungen noch gibt. Die gehen von 1 bis 6 sozusagen. Und wenn eine Stern die scheinbare Helligkeit 6 hat, kann man sie gerade so noch am Himmel sehen. Also der kleinere Zahl, also 5 ist heller als 6, 2 ist heller als 3 und dann, wenn sie noch negativ ist, wird es ein ganz besonderes heller Stern. Diesmal über die Sonne. Sie hat eine scheinbare Helligkeit bei minus 26,7 und eine absolute Helligkeit bei plus 4,8. Wie ich schon gerade gesagt habe. Das heißt, als 250 Millionen Kilometer Entfernung hat sie diese scheinbare Helligkeit bei minus 6,20,7. Aber wäre sie 32,6 Lichtjahre entfernt, hätte sie die scheinbare Helligkeit 4,8. Das wäre dann quasi schon die absolute Helligkeit. Ich habe ja gesagt, dass die absolute Helligkeit die scheinbare Helligkeit ist, was ein Stern hat, wenn sie genau 32,6 Lichtjahre entfernt ist. Aber auch reflektierende Objekte und so ein System hat mit absoluten Helligkeit angegeben. Aber da wird die Entfernung eine astronomische Einheit genommen. So ist es mal dasselbe Prinzip. So, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.